hey freunde herzlich willkommen zu einem neuen video ich wollte mich erstmal für die 220.000 abonnenten bedanken falls ihr noch kein abonnent seid dann könnt ihr jetzt kostenlos abonnieren und ein like wäre auch cool und jetzt wünsche ich euch sehr viel spaß bei der chaotischen aber auch lustigen folge lucky blockwaves mit logo michel und hetty los geht's okay jeder kann sich jetzt eine farbe ausdrucken grün es gibt kein pink da bin ich halt sind alle bereit ich bin grün ich bin grün ich gehe doch auf blau warte okay sind wir alle bereit alle logische say hope der lippe dann würde ich sagen auf los geht's los ihr dachtet jetzt ich sag los 3 2 3 2 1 los okay manchmal ist alles gut ich hassele jetzt hier richtig durch ich mache jetzt so fertig los komm ich hole ich führe ganze freunde kühe wow hey mich ist du schießt mich ab oh hallo ich geh ja ich geh ja oh ich hab nen pilz ey ich möchte nichts über deine erkrankung aus der haut wissen äh was ist das da war jesus was ich bin mir ganz sicher ich hab jesus gesehen hey daniel das ist meine seite ja enteltern super hey wow hätte hier irgendwas schießt mich okay das war ein zeichen von jesus o nein du hast die gase die hat nein das war jesus Geil! Direkt neben mir, mein Zeug hier ist kaputt! Jesus Christ! Ah, nein! Ich war so gut in Führung! Das ist geil! Ich stelle die hier aus. Ich habe die Lautstärke runtergestellt. Ja, Jungs, Mädels, Hattie. Ja. Sind die Garsten tot? Glaub schon. Oh nein. Ich muss ja mal vorbei. Nein. Ja, Daniel. Hör auf. Ja, ich geh ja schon. Daniel, hör auf! Wieso fliegen so kleine Geister rum? Das ist Jesus. Geister! Guck dir das an! Kannst du die mal wohl lassen? Wieso, die greifen mich doch... Also gerade haben sie mich zwar noch nicht angegriffen, aber wenn die mich angreifen, dann mache ich sie eisekalt. Ha! Oh nein! Was stecke ich fest? Ach, ein Glas. Ja, weiter geht's! Ey! Ein Haus! Diese Geister verfolgen mich. Ich habe Bogen! Ich habe Weißbrot! Und Geister! Ich habe einen... Oh, ich habe einen gezauberten Apfel. Ein Zauber, Zauber, Zauber Apfel. Ich geh mal über. Eine Stärke! Oh, hier ist ein Wiederbelebungstol. Wieso brenne ich hier? Nein! Wow! Ah, TT! Wow! Also dafür, dass das Pocket Edition ist, ist das schon krass cool. Wow! Übelst viele Spinnnetzen. Netten. Ich... Oh! Iiii! Ich habe mich! Dankeschön! Ich habe mich! Nein! Hör auf! Wow! Ich bin ganz... Ich bin ganz dringend. Ich bin fast verbeut! Wow! Warte mal, blau ist doch meine... meine... Mein Wither. Wieso hat er denn... Oh, da liegt ein Kling mit da! Oh, oh! Was ist das für ein Roll? Das ist der Wither, wie er sich aufbaut. Das ist Jesus! Wieso bin ich jetzt bei Geld? Warum habt ihr jetzt nicht wieder gespawrt? Das war ich nicht! Das war Logo! Das war Handy! Das war Logo! Ey, hört auf mich zu beschuldigen! Oh mein Logo! Oh mein Logo! Ich habe keine Höhe! Ja, Hauptsache, er geht auf Daniel. Das war Karma! Wow! Er ist voller Krasif hier! Ich bin überhaupt nie akruptiv. Ich bin ja... Ich mag doch eh keiner. Oh, er ist voller Krasif! Ich bin ja... Hetti, wenn du jetzt nach Hause willst, dann geh nach Hause. Wir haben ja noch... Nein! Wir haben ja noch einige Lucky Blocks vor uns. Warum sind da zwei? Die... Die öffnen für mich die Lucky Blocks. Und was? Ja! Ah! Komm, schieß mich an! Michelle, Sklaverei verstößt gegen die Menschenrechte. Ähm, ich bin tot! Was? Oh! Hey, ich habe eine Stärke trank. Voll aggressiv! Das ist safe, kein Stärke trank. Wow! Wieso sind hier Spinnen? Au! Ha! Ha! Du hast vorbeigeworfen! Und... Wow! Ich habe... Attacke! Puh, 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 puh! Oh! Oh! Ich musste dein Weg... Hör doch mal auf! Ah! Lust jetzt! Das wird das schlimmste Folge, die ich jemals gelebt habe! Ge... Gelebt! Oh! Ich habe sie ja wieder! Wieso sterbe ich am laufenden Band? Das war Jesus! Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Deswegen habe ich beschlossen... Oh man! Wuh! Na, da hätte ich was soll das! Aha! Oh man! Ich geh weg! Ich geh weg! Ich persönlich habe eh nicht gerade Lust auf dich! Munkstörung! Hallo! Oh, hallo! Hey! Äh... 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 Weiter! Nee, es war deiner! Oh! Ich hätte sich mit einem Kanal verabschiedet! Danke, Logo! Hilfe! Der wieder näher... Bewusstertskaufen! Komm, Daniel! Ich greif' den... Mein Hand! Hier, Daniel! Nimm den Hand! Schnell! Au! Ne! Keine Sorge, Daniel! Ich komme vor dir ins Ziel! Das reicht doch, oder? Das stimmt dich doch glücklich! Ja! Na und sonst sterbe ich jetzt halt! Wisst ihr, das ab des Lebens ist wie ein... Ein Reiskorn! Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist einfach... Ihr kennt... Es ist einfach genau das, was ich denke! Gut! Ah! Ich sehe mich nicht! Ich sehe mich nicht, Hattie! Wow! Was? Vielleicht mal wieder Brille putzen? Nein! Ich bin Hilfe! Du Utze! Nein! 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 Jetzt stecken wir beide im Schlamassel! Hey! Mach den Mund zu! Hast du ein Problem? Nein! Hey! Hey! Wo ist das? Ist das dein... Ist das dein... Ist das dein... Das ist mein chinesisches Lager! Ich rette uns, Logo! Okay! Ah! Wie darf das? Nein! Mich hast du nicht gerettet! Ah! Toll! Ich bin jetzt in der Lava! Wow! Nein! Also bitte! Wie ist das? Hä? Oh mein Gott! Ich... Wir sterben jetzt am laufenden Band! Wo ist Hattie? Hattie! Hattie! Was denn? Ich komme nicht raus! Ja! Weil du unziger hast! Hattie! 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 Oh mein Gott! Nein! Ich bin in die Lava rein! Hier ist Wasser! Ja! Wasser! Wo sind wir denn jetzt? Oh! Hä? Cool! Ja! Wow! Let's go! Do them all! Ich kann fliegen! Oh! Let's go! Let's go! Ich kann fliegen! Genau dem! Nein! Hilfe! Au! Ich hab die beste Rüstung! Ich fliege! Wahrscheinlich stirbst du gleich! Betty, du fliehst! Oh! Die Winterfliegen auch! Guck mal! Was denn? Ein Geist! Jesus! Ich bin kein Geist! Du hast mich geschlagen! Cool! Jetzt bin ich wieder tot! Oh! Hattet das! Nein! Ich rügelte mich am lausenden Band! Oh nö! Ich hasse euch! Du wirst jetzt wieder alle hier zu der Fen! Oh! Lass auf jetzt! Oh! Nein! Ich will da! Äh, äh! Geh weg, Daniel, ich will ja eh eh keiner! Es ist doch keiner ans Ziel gekommen, oder? Doch! Ähm! Warte. Oh nein, ich brenne wieder. Nein. Oh nein. Ich helfe dir. Du hast... Du bist blöd. Du bist blöd. Du bist durchgelaufen. Du hast die Lucky Blocks nicht geöffnet. Ich kann die auch nicht öffnen. Die sind genau. Ja, dann bist du jetzt automatisch raus, weil du ein Loser bist. Ich mach bei dir einfach weiter. Nee, hör auf. Wieso habe ich jetzt hier den Trap bekommen? Wenn du auf blau Feld bist, dann ja. Jetzt ist auch noch der Wizard hier. Oder ist das der vom Anfang? Ich bin ganz am stark. Ich habe Weiten. Ah, Daniel, perfekt. Daniel steckt fest. Oh, ein Schneemann. Hilfe, ein dicker Fisch ist hier. Das ist natürlich... Das ist ärgerlich. Ärgerlich, ja. Ja. Hast du hier... Oh, ja. Ich bin kurz vom Ziel. Komm, Logo. Ja, 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 nein. Oh. Ist da jemand gestorben? Eventuell. Schön, dass hätten wir verbraten. Oh, ich helfe Hetti. Mein Gott. Ihr seid mir alle hier zu. Ich bin der erste, der letztend im Ziel ankommt. Noch zwei Lernery-Blocks. Komm, ich bin der erste, der letztend im Ziel ankommt. Ja, 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 ja. Eine noch, eine noch. Komm schon, da ist das Ziel. Da ist das... Nein. Oh, verdammt. Was jetzt umgebracht wird. Ich bin so echt gestorben. Hilfe. Nein. Hör auf. Hilfe. Ich muss nur noch ins Ziel. Ich muss nur... Das war Jesus. Okay. Warum ist der eigentlich so schnell? Ich bin jetzt der erste, der im Ziel ankommt. Und das völlig legitim. Ich will der erste sein. Komm schon. Komm schon. Yes. Hör auf. Hör auf. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Was ist das mit dir angemessen? Oh mein Gott. Was ist das mit dir angemessen? Musst du da... Michelle, du bist disqualifiziert, ja? Das Spiel hat dich disqualifiziert. Deswegen sind deine Blöcke deaktiviert. Genau. Jetzt lass mich hier endlich ins Ziel. Au. Perfekt. Jetzt hat er dich erlebt. Ich bin jetzt hier am Start. Ja, das hast du verd... Ja, ja. Oh, ich hab's gewonnen. Wuh. Hör auf. Jetzt muss ich noch Daniels sabotieren. Kapatsch. Oh. Oh. Nice. Ich hab mir ganz... Michelle, wie viele Likes du noch eins hast? Ich hab älter nicht gewonnen. Äh, wo ist das so falsch? Wai. Ja. Drei logische Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, gibt's heute noch mal eine Lucky Block Raid Folge. Vielleicht im normalen Minecraft. Wenn ihr da Bock drauf habt, ihr wisst, was zu tun ist. Steht einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann bleibt er logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao. Ciao. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und nichts. Nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Gantlein macht dich bereit.